Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute eröffnen wir die neue Weg des Champs Mary Spezialkollektion. Da drin haben wir zwei Fals, fünf Pads aus der Serie Weg des Champs, einen Pin mit einem Mopeco, das komisch aussieht und dann noch ein Poster. Okay, das Poster fällt hier raus. Können wir mal gucken, wie es aussieht. Und ich muss sagen, es ist echt, echt cool. Da Mary und Lange, ein Mopeco, das ein bisschen dämonisch aussieht, ja. Und dann noch, da steht, im Weg des Champs. Und die Farben sind echt gut, muss ich sagen. Ja, können wir heute immer als Playmeld benutzen. Benutzen wir heute als Playmeld. Neue Playmelds, okay, benutzen wir nur heute, okay. Dann ist hier noch die zwei Chromos, die mal aufkommen. Geht doch auf. Vielleicht kann ich hier nicht aufkommen. Ja doch, die geht nicht auf. Okay, die geht mir jetzt auch gleich drauf. Dann haben wir hier einmal ein Mopeco. V. Sieht auch echt cool aus. Und dann haben wir hier noch einmal einen Lange V. Einmal einen kleinen und einmal einen Groß. Hier. Dann einen Mopeco-Ping. Ein Dämonisches Mopeco irgendwie, ja. Hier. Dämonisches Mopeco, ja. Und dann noch fünf Packs. Haben wir alle Arthorax? Ja, wir hatten alle Arthorax. Barrikadax. Okay, wir fangen mit Barrikadax an. Eher gar nicht Barrikadax, weil wir den zweimal haben. Eine Stahlenergie, Kalamaneiro, Toheidu, Arbok, Gala Zickzack, Wuffelt, Hyperheiler, Zurückhex, Rettern. Dann eine Stahlenergie als Reverse und unsere Sternen. Ein Altaria Holo, ja. Hier. Dann machen wir weiter mit. Gardeber auf den Arthorax. Eine Feuerenergie, Absol, Superball, Smart Rotrum, Pelilu, Maholo, Kleptifuchs, Oren Tütox, Primova, Altaria, und jetzt die Röst und unsere Sternen. Ein Gala Barrikadax. Ja. Wer wird es sein? Wir nehmen Pokos und Vimax. Ich habe hier noch die V-Karte davon. Ja. Hatte ich einfach mal so liegen. Keine Ahnung warum. Die sollte eigentlich längst in meinem Heft sein. Ich meine ja in meinem Pokémon-Ordner. Ich weiß aber nicht, warum die da nicht drin ist. Okay. Eine Fensterenergie. Absol, Superball, Smart Rotrum, Zurückhex, Sililu, Maholo, Kleptifuchs, Oren Tütox, Kleopatra. Leute, ja, alles, alle, ähm, Karten hier, außer Maholo, waren bisher, ähm, Karten aus Typ Unlicht. Und unsere Sternen, dann einfach noch ein Pokémon von Typ Unlicht. Und zwar, Irokex in Holo. Ja. Okay, Brikadax. Eine Fensterenergie. Ich glaube, die Fuchs, jetzt kommen wieder die Unlicht-Pokémon. Neu-Holo, Fililu, ich hab's euch gesagt. Und unsere Stern, also eher Holo, ja, ist ein Wollrock. Letztes Pack, nicht Black. Hier muss jetzt noch was drin sein. Es muss was drin sein. Sonst hat sich diese Box hier nicht gelohnt. Eine Stallendie, Hyperdrank, Primona, Rimanu, Smart Rotum, Knocknet, ja, Kaniwana, Drank, Wuffels, Honlio, wieder die Unlicht-Pokémon, Absol, also Ress und unsere Stern, Galabarikadax. Ja, ähm, es kann natürlich sein, dass man so eine Box kauft und da drin beide Blu-Rocks zieht. Einmal ist Rainbow und einmal ist Shiny. Oder es kann sein, dass man so eine Box kauft und nichts zieht. Ja. Ich hoffe trotzdem, dass das Video euch gefallen hat. Einmal ist mein Problem. Vielen Dank.